Ja, bei Dreams. Ich gehe mal durch Raum und durch Zeit und ich bin extra nach Wolfsburg gekommen, um dieses Plakat zu sehen. Nein, ich wollte dieses Gebäude, was sich ja auch Forum nennt, einmal wiedersehen. Ja, und ich wollte heute nicht alleine sein am ersten Weihnachtstag. Ja, das Philosophieren ist meine Geschichte, das mit der Nostalgie. Oh ja, der 912er, ja, ein Carrera schätze ich und wie auch immer, er sieht richtig gut aus, Porsche. Ja, die Familie Porsche und Piech kriegen ja 5 Euro an jedem Fahrzeug und ich hoffe, das bleibt noch lange so. Denn die ganze Technologie, die Grundbasis dafür, ja, die hat der Ferdinand Porsche, ja, betrieben. Das ist so auch ein Lieblingsort, ein Ort von vielen. Ja, ich bin hier in Wolfsburg in der Stadt, ja, mit Zukunft. Und wenn man in den Weihnachtsmann glaubt, ja, den kann ich beruhigen. Den gibt es auch hier in Wolfsburg. Schöne Weihnacht.